Hallöchen, Hallöchen, dann sind wir wieder. Ja, sorry, dass im letzten Teil jetzt auch mal nix gekommen ist, bei Umzugsplanung, Brandens, Hochzeitsplanung und ja, ist ein bisschen stressig, aber ich versuche es wieder aufzuholen, so dass ihr wieder genug Material habt und denke mal, gehen wir jetzt hinten in die Woche. Wo der ganze Stress total losgeht. Und ja, das werden wir ja ruhigen kriegen. Gucken wir erst mal, woher Benzin kriegen. Ja, ich wusste, dass so einer kommt. Ich wusste, dass so einer kommt. So, wir haben ja eigentlich ganz gute Sachen gekriegt. Ich muss nur gucken, dass wir jetzt hier Benzin kriegen. Ich hoffe, dass es nicht... Ne, hier ist nix. Okay. Am 12. Dann können wir ausbreiten. Ich hoffe, nicht, dass noch mehr kommen jetzt hier. Hier. Dass wir wieder ganz schnell da hochkommen. Dürfte aber eigentlich funktionieren. Die Funktoren haben wir ja erledigt, also dürfte es kein Problem sein. Wir ziehen es da ab, perfekt. Und wir brauchen wir ja nicht. Wir müssen hier oben weiterkommen, nicht hier. Sieht sich schwer an. Ja, hoffen wir mal, dass es auch richtig ist. Okay. Ja, wir haben Benzin, also geht es auch weiter. Noch mal schöne Munition. Perfekt. So. Über drei. Sehr nice. Los geht's. Wir sind der Haupttor. Ja, also werden wir eigentlich relativ ganz schnell hierhin kommen wieder. Okay. Wie fahren wir denn da? Na, zum Unterstütz. Da dürften wir eigentlich genug kriegen. Werden wir dann beider sehen. Sogar noch mehr Benzin kannst du. So. So. So, das werden wir auch mal direkt mal reparieren. Perfekt. Ja, wir nehmen alles mit. Hier ist sogar eine Tasche, die wir noch einpacken können. So. Wächst. So sagen wir hier. Schmutziges Wasser. So haben wir noch Benzin, das nehmen wir uns gleich. So. Mal hier. So machen. Nachkampfteile. Schmutzwaffe. Ja. Wer eher für nachkampf. Das auch. So Kriegshauber machen. Oder? Oder? Da kommt noch eine Akkampfteile bauen. Todpräger können wir vielleicht machen. Nee, das war nicht. Okay. Alles klar. Wir bauen uns in Kriegshauber. Okay. Wir bauen uns sogar noch ein. Dings. Wir verwenden wir auch noch einen mit. Okay. Wir können. Ein Aufsatz. Die Baffer nur drin. So. Das nur mit. Wir haben 15. Na, ich glaube nicht, dass das was bringt. Und wir gucken mal. Wir haben nichts. Geht das noch weiter? Nee. Wer mag sie denn? Okay. Ähm. 40 können freischalten. Wir haben bestimmt nicht Geld. Ähm. Geht uns ein bisschen was für den letzten. So. Wirkung. Heile Geschwindigkeit. Mach mal. Nein. Mach mal Heile Geschwindigkeit. So. Auto. Ja gut. Alles klar. Dann haben wir alles. Dann können wir auch direkt weiter gehen. So. Am 4. Wir können 4. 4. Stufen fahren. So. Dann wäre es am besten für uns, dass wir hier oben gehen. Wir haben einen Schalldämpfer drauf. Also geht das. Wir haben auch noch 3 Punkte. Oh. Gibt es einen großen? Wollen wir natürlich nicht. Erstmal gucken, wie ich das hier umgehen kann. Wir wollen ja nur das Benzin haben. sehr weit, ne? Das ist hier im Haus, ne? Okay. Das kann man auch mitnehmen. Nehmen wir auch mit. Ah. Das ist ein Sprenger. Das ist ganz gut. So. So. Ich denke mal, dass der. Ich habe gedacht, dass es hier ist. So. Eine ordentliche Menge. Alles klar. Kann man das hier so umgehen? Kann man leider nicht. Schade. Ich glaube auch nicht, dass noch mehr Benzin hier sein wird. Ich versuche mal schön zum Gehen. ganz schnell wieder da hochkommen, wo wir hinwollen. Das wird ja immer schwerer. Das ist ja normal. Und wir werden auch immer besser. Das ist schon mal die Hauptsache. So. Kann man normal gehen. So. Dann kann man auch direkt weiter. So. Türchen. Hallo. Wir brauchen jetzt drei, um da weiterzukommen. Glaub ich. Top 3. So. Wir haben jetzt gar keinen Treibstoff mehr. Okay. Wir dürfen. bisschen durchballern. Um. Das zu kriegen, was wir haben wollten. Wir ziehen es auch direkt hier oben schon. Versuchen wir die da. Platz zu machen. Ich denke eher weniger. So. Was ist das denn jetzt hier? So. Was ist das denn jetzt hier? Oh. 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 Wir können das hier mitnehmen. Sehr gut. Wir sind da hinten am Benzin dran. Oh. 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 Möhm. Ein bisschen auspassen. Um. Nach wegen weren't going zu fahren. Okay, das ist genau das, was wir brauchen. Und schnell weg hier. Das ist hier schon ein bisschen schwerer. Ja. Ab in den Wald. Wir haben alles hier unten, das ist gut. Ich hoffe, dass ich jetzt auch richtig schlafe. Die Sachen, oh wei wei wei. Merken wir das. Okay, das ist sehr, sehr viel. Alles klar. Na toll. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Haben Sie irgendwo Gegengift? Gegengift. Shit, habe ich gar nicht hergestellt. Mist. Mist. Ach, Mist. Jetzt haben wir kein Gegengift. So, die zwei Dinger die wir brauchen, die sind immer noch hier unten. Ja, ist klar. Ja, ja. Rum direkt wieder von hinten. Okay, muss man jetzt durch hier. Kommt der. Kommt der. Akku, das ist auch sehr gut. Das nehme ich heute nicht mit. Nachladen. Schnell weg, schnell weg. Oh, das muss auch reparieren. Ich bin wieder zur Tankstelle. Wir sind nicht direkt vor meiner Nase. Sehr gut. Benzin ist auch da oben. Wir können erstmal in Ruhe reparieren. Und wir sind level 50. Oha. Das Spiel. Ne. Ach du Scheiße, da drüben ist ja dick. Den brauchen wir erst gar nicht. Aber nicht viel drinnen. Scheiße, da muss ja noch irgendwo was sein. Ich glaube mit eins kommen wir nicht weit. Ne, da kommen wir nicht weit. So, dann kommt mal hier drüben nochmal. Was? Was ist das denn? Geh, einfach mal so ein Fehler. Hau ab. Hau ab. Wieso hat der mich jetzt wieder erwischt? Na toll. Alles klar. Ich muss mich gleich verheilen. So. So. Der Platz. Ich bin bis zu oben. Okay. Dann ab zum Zeitplatz. Okay. Das ist alles. Jetzt. Okay. Das ist alles. Und jetzt. nachkampfwaffen eigentlich ganz gut bewaffnet einfach bäntchen alles wieder auf einer stange hier das scheitern oben zu sein alles klar diesmal geht man nicht so viel benzin wir es gern hätten er erledigt die brücke da sind kräuter und scheiße ich brauche einen unterschopf dass man sachen erstellen kann das ist jetzt ein krappler hier und die menge ok dann schnell weg hier wo kommst du denn jetzt auf einmal her das war es da oben also das war es da oben auch und das schlupft ja genau da halten wir vielleicht auch ein bisschen mehr schon sind das mal weiter willkommen das war es mal dabei laufen reparieren sollten dann auch so alles mitnehmen beuter ja du musst gleich noch was herstellen definitiv das war es das war es gegen die zollt mehr erstellen definitiv Aaaaaaah Sind wir schon Genau irgendwas Ja Komm ich wieder nicht durch, ja ist klar La 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 Jetzt wollen wir uns wenigstens mal wieder ein paar Sachen herstellen Das ist mal das Durchbruch hier Das läuft Erstmal eine schöne warme Güte Hier So Das So Durchschaden Können wir hier erst mal mit X und Anfang Lissenspunkt wäre auch mega nice Wer mehr kriegt Ja, haben wir das Dann ist das voll Gut Alles klar Kann man schönes machen Mehrkampfteile Schüssteile So Wir können auch ein Kriegshaber bauen Da brauchen wir nicht jetzt unbedingt Kriegshaber Ich auch gar nicht haben So Da kommt noch ein Kriegshaber aus Mit einem Brett Unbekannt Soll wir machen Weiß ein Stück Brett Kursion Aber nix Okay Wände Haben wir auch nix Tarnrad Mauer da Nix Okay Ich bin gerne so in so ne Axt Stachelbrett Auch nicht schlecht 18er Okay Das geht Alles klar Wir haben wieder was neues gefunden Aber ich würde sagen Dann ist die Folge auch schon vorbei Wenn es euch gefallen hat Gerne ein Däumchen da lassen Bis zum nächsten Ciao